Komm, ich schlag die Klappe selber. Szene 1, die zweite. Elias Mbarek. Uncut it. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Leute, es geht los. Es ist soweit. Es ist soweit. Es ist soweit. Ich kann mich jetzt nur noch wiederholen. Es ist soweit. Ihr habt lange drauf gewartet. Ich finde es auch eigentlich ganz gut. Ich habe tatsächlich nie wirklich darüber nachgedacht. Ne. Also so abstrakt habe ich da mal. Wenn, dann wäre ich ja einfach keine Rolle gewesen. Der Bruder ist so behindert, Digga. Der Bruder ist so behindert, Digga. Sie fällt sich über das WLAN-Kabel, Mann. Der Bruder ist so geordnet. Auf eine Art sehr sauber. Sehr, sehr strukturiert und organisiert und so. Und sehr sicher. Das sind natürlich schon Dinge, die angenehm sind. Ja, ich lache sehr gerne. Also ich finde Lachen ist sehr wichtig. Ich hebe die Stimmung, ist gesund. Und ich freue mich immer, wenn ich lachen kann. Kann auch sehr faul sein zum Beispiel. Erst Willkommen bei der Smoothie Challenge, der Charlie gegen den Trilon. Die wären ekelhafte Essensachen. Das ist die böse, extreme Christmas Smoothie Challenge. Extrem. Hier steht sogar der Eimer direkt bereit. Zimt. Pfeffernüsse. Bohnen. Bohnen. Karottensaft. Alter, das sieht aus wie Dünnschüssi. Kinderpunsch. Oh. Pilz. Nein. Welches? Das Hund. Yes. Nein. Katzenfutter. Wie es schon riecht. Ich meine, zum Essen könnt ihr mich ja einladen, oder? Ey, das stinkt so, Alter. Ist das so, ist sowas legal? Darf man sowas übermachen in Deutschland? Darf er das? 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 Der Typ ist Killer. Was ist los? Find ich nice. Komm, 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 komm. Schmeckt. Alter. Woppa, steht doch für gut, Alter. Prost. Doch, Alter. Ey, ich hab ne Idee, Alter. Lass uns einen Laden aufmachen und wir diese Scheiße produzieren. Das schmeckt geil. Ohne Witz. Woppa. Ich würd's öfters trinken, Bruder. Ich verpiss dich wieder. Tschüss. Boah. Boah, Gott, das ist eklig, Mann. Shit. Oh, Gott, ist das eklig, Mann. Wie erfindet so eine Scheiße, Mann. Oh, geh mal schnell. Boah. Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht mehr. Ich kotze sehr selten. Was hast du besorfen wahrscheinlich? Ne. Von Alkohol muss ich auch nicht kotzen. Wirklich? Ja. Ja. Es passiert sehr selten. Wirklich? Ja. 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 Das macht gar keinen Sinn, was du da machst. Nein. Mal so, mal so. Also ich glaub, seinen Text sollte man immer können. Zum Beispiel. Und ich glaub, man sollte auch pünktlich am Set sein. Sonst hat man ein Problem. Aber ich glaub, da arbeitet auch jeder anders. Also Dinge, die von Herzen kommen. Die eine Geschichte haben, wo sich jemand was dabei gedacht hat. Und die einem halt eine Freude machen. Sehr gut Dinge aufschieben. Oder gar nicht tun. Ja, natürlich. Unbedingt. Und bitte. Und bitte. Blühwege, gell. Wenn du einfach... Wenn du einfach...